ok herzlich willkommen und wir machen jetzt folgende mission wir wollen mann am boden machen sehr sehr böse mission es ist jetzt schon der vierte oder fünfte versuch ich weiß theoretisch wie es geht kann es leider praktisch nicht umsetzen aber wir gucken mal ich müsste es jetzt eigentlich hinkriegen also ich bin jetzt hier ziemlich gut schon vorbereitet ich werde euch auch erklären war das problem an der mission ist und was die mission so schwierig macht und ich werde euch auch sagen wie ihr die einfach erledigen könnt also ihr könnt ihr natürlich einfach machen indem wir die nicht im hitmanstil macht sondern einfach den typen darunter stoßt und dann habt ihr das einfach das event habt ihr dann und dann ist alles gut problem ist nur es ist halt unsauber das ist halt nicht so wie man es eigentlich machen sollte und das ist halt schlecht also er geht natürlich die route da vorne neben dem china mann da ist ein kleinen happen und dann stellt er sich hier vor das loch also alles gut und dieser alte polizist hier der bringt mich zur weißglut der nächste bus geht in etwa zehn minuten ok habe ich kapiert ok mein typ sitzt da immer noch ok zielperson zielperson ok die gammeln da noch zu lange das schlechte das schlechte ihr müsst jetzt hier euch wegbewegen ok meine zielperson ist hier fast schon da ich muss ja aufhalten jetzt probieren wir hier ein bisschen zu behindern ah die polizisten stehen da hinten mal noch rum lassen sie das arschloch oder muss ich erst meine waffe ziehen wollen sie das hä ok der droht mir schon mit der waffe ziehen ok der erste versuch war nichts aber dafür wird es gleich umso besser denn jetzt ist alles gut wo ist denn denn ach so ja klar der geht natürlich schon erst hier die ecke sein geschäft schon erledigen aber jetzt kommt der entscheidende moment denn endlich entscheiden sich diese beiden polizisten ich nehme ich hier hin zu begeben ok genau dort gehen wir hin an die container bis dahin ist erstmal alles gut wir müssen jetzt warten der typ der muss jetzt wieder hinten unterwegs sein genau steht wieder hinten und jetzt im nächsten zwei werden wir es machen ok der sagt ja jetzt dass er hier anrufe machen muss und fünf minuten zeit braucht bis hier ist noch alles in ordnung denn ähm es geht darum es geht darum ich trinke jetzt einen kaffee es geht darum er hat ihn ja angelogen also er geht ja nur diese drogen holen dadurch geht er weg und er hat doch die zeit essen zu gehen danach geht er nämlich mit ihm in diese drogenküche und braucht irgendwie ein joint oder so und oh da kommt er schon ok 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 jetzt muss alles schnell gehen und gut gehen ok bisher sieht es noch gut aus sieht immer 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 noch gut aus jetzt stellt er sich hin um was zu snacken und das ist der zeitpunkt in dem wir reagieren müssen ok jetzt haben wir ihn abgelenkt der polizist geht weg der andere polizist geht auch weg der polizist geht auch weg der polizist geht auch weg und das war's endlich geschafft so wie es sein muss und das ist relativ schwer dieses timing hier zu haben weil der polizist kommt manchmal zu früh wieder und dann klappt das nicht ich weiß ich weiß okay das war's mit der mission und sammeln jetzt noch hier schön die ganzen punkte ein es gibt nämlich hier jetzt einiges an punkten und wieder wurden die punkte gesteigert 154.500 und raus hier das können wir überspringen lautloser killer alles klar weiter das können wir noch kurz hier mein achievement gucken wie es hier aussieht momentan 32 von 36 dingen habe ich fertig müsste eigentlich auch alles auf video sein ähm ja ist eigentlich alles auf video könnt ihr alles sehen hier muss ich noch gucken was ich da machen muss deswegen mache ich als nächstes äh den hier den weiß ich schon wie er geht oder ja das ist jetzt auch nicht unbedingt eine meisterleistung sagen wir es mal so aber trotzdem mache ich den noch und dann sehen wir uns im nächsten part